Wir alle haben ab und zu mit dem Haushaltsbudget zu jonglieren, wenn es an der einen oder anderen Stelle eng wird. Aber bei guter Planung entstehen manche Probleme vielleicht gar nicht. Bisher gab es kein unabhängiges professionelles Beratungsangebot. Budgetberatung ist für alle da, die besser mit ihrem Geld umgehen wollen, die Unterstützung brauchen beim Vorausplanen und jonglieren. Bei der Budgetberatung geht es darum, dass jeder, der Einnahmen und Ausgaben hat, sich diese regelmäßig anschaut, rechtzeitig und natürlich auch richtig berechnet, sich nichts vormacht. Wir in der Budgetberatung schauen vor allem auf Personen, wo das Einkommen knapp ist, aber auch bei Lebensumbrüchen, Arbeitslosigkeit, Familiengründung, aber auch bei bevorstehender Pensionierung ist es wichtig, sich mit dem eigenen Budget auseinanderzusetzen. Budgetberatung wird von erfahrenen und geschulten Budgetberaterinnen und Beratern gemacht, die seit Jahren auch in der Schuldnerberatung arbeiten und Erfahrung mit dem Thema Geld haben. Sie sind ausgebildet, professionell und ganz unabhängig von Banken oder Versicherungen. Ich bin zur Budgetberatung gegangen, weil sich unsere finanzielle Situation, seit wir eine junge Familie sind, doch geändert hat. Und in der Beratung war dann genug Zeit, alles genau durchzubesprechen. Und ich habe gemerkt, dass ich einiges umschichten kann. Und ich habe meine Ausgaben dann an die veränderte Situation angepasst und das hat uns doch sehr geholfen. Wie bekomme ich einen Termin bei der Budgetberatung? Einfach online unter www.budgetberatung.at anmelden oder anrufen. Es gibt eine Website, budgetberatung.at, wo es einen Budgetrechner gibt. Da kann ich meine Ausgaben und Einnahmen eintragen. Das kann ich alles selbstständig machen, muss nicht unbedingt in die Budgetberatung gehen. Wenn ich aber darüber hinaus Fragen habe, mir was unklar ist, unsicher bin, dann hilft auch eine Budgetberatung, die mir eine Expertise gibt. Budgetberatung rechnet sich in jedem Fall. Mehr Überblick übers eigene Geld, mehr Ideen, wo die Finanzen noch an die veränderte Situation angepasst werden könnten und mehr Ahnung davon, was sein muss und was vielleicht nicht. Die Finanzwelt wird immer unübersichtlicher, die modernen Zahlungsmethoden machen es schwieriger, den Überblick zu behalten. Budgetberatung wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Unterstützung liegt einfach im Mitdenken an den Problemstellungen, die es gibt und Geldprobleme bauen an unheimlichem Stress auf. Und die Erfolge sind auch darin, dass es den Menschen nach diesen Beratungen psychisch besser geht. Scan99255-DK-8505-A1-N2-2-2-2-4-5-2-4-2-4-2-4-0-5-2-4-5-2-5-2-4-3-4-4-1-2-4-2-4-5-3-5-5-3-4-4-5-7-4-4-4-4-4-3-4-5-4-4-4-5-5-4-5-5-4-4-5-6-5-5-6-5-5-6-4-5-5-6-7-4-5-5-7-5-6-5-5-6-3-5-5-7-7-5-5-6-5-5-6-5-5-6-4-5-6-6-6-6-5-5-7-7-5